TV-Star Daniela Katzenberger, 35, hat das Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familie genossen. Traditionell wird gekocht, gebacken und gebraten. Viele leckere Sachen kommen auf den Tisch. Was nicht verzehrt wird, wird am nächsten Tag gegessen. Und immer weiter so. Dabei kennt der Schlemmergenuss keine Grenzen. Alles muss weg, weil alles so lecker ist. Rotkraut. Daniele Katzenberger, ach, scheiß drauf. In einem Instagram-Video zeigt sich die Katze beim Reste-Essen im rosa Trainingsanzug. Dabei macht sie sich über das Weihnachtsmenü her. Etwas ganz, ein paar Kartoffeln und Rotkraut. Dabei kennt Katzenberger keinen Halt, denn Weihnachten ist das Fest des Schlemmens. In ihrer unnachahmlichen Art schreibt sie, Reste fressen um 10 Uhr abends. Meine Waage wird mir morgen ordentlich in den Arsch treten. Außerdem gibt's noch ein Stück Kuchen. Ach, scheiß drauf. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an, meint das Promi-Sternchen. Die Quittung bekommt sie einen Tag später auf der Waage. Aber darüber schweigt sich die Katze lieber aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017